Hallo und Willkommen zu einer kleinen Runde Trouble in Meinville auf dem TheHive Server auf meinem neuen Kanal CookieCrofter. Und ich nehme leider nur mit ein paar FPS auf und ich hatte also mit 13, zwischen 12 und 16 FPS nehme ich leider nur auf. Das tut mir wirklich unendlich leid, falls es hier gerade die ganze Zeit ruckelt. Und warum schaffe ich diesen Einsprung nicht mehr? Alter, bin ich doof. Hopp. Nein. Äh, Voten. Vorsaken. Frozen Cargo. Dekender. Ich vote einfach mal für das Erste, weil das kenne ich noch nicht. Ja, ich habe gerade eben schon eine Runde aufgenommen. Äh, da wollte ich bei Frozen Cargo an die Ender Chests ran, habe den letzten Sprung nicht geschafft. Und da bin ich gestorben und das werde ich nicht hochladen, weil 3 Minuten Videos, ich weiß aus Letztplay, das ich gestern rausgebracht habe, das ging nur 5 Minuten. Nein! Oh man! Das ging nur 5 Minuten, aber... Ähm... Ups. Prefixi. Ja. Das war auch gestern nur, weil ich dann keine Zeit mehr hatte aufzunehmen und das war halt die erste Folge. Die anderen werden länger, vielleicht bis zu 20 Minuten, aber 20 Minuten, das wird nicht sehr häufig sein, weil ich muss das ganze Video... Bitte muss ich nicht, aber ich rendere das ganze Video immer nochmal durch und diesen wunderschönen Cookie-Crafter-Schriftzug noch reinzukriegen, der jetzt hier oben in der Ecke sein müsste. Ähm, der kommt ja nicht von ganz alleine, sondern mit einem Videobearbeitungsprogramm. Und... Oh, es geht los, es geht los, es geht los. Äh. Wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, kenne ich mich mit den Maps hier überhaupt nicht aus. Vor allem nicht mit dieser Map. Wow, muss das nicht so erschrecken, Alter? So, und... So, und... Puh. Boah, ich hätte keinen Bock, hier nochmal zu sterben, Alter. Alter, alter. What the fuck? Achso, das soll aussehen, das ist aussehen wie eine Dierrüstung. Das dachtest du schon hier, ne? Aber das ist ja nicht wegen der Texture-Pack. Das Texture-Pack ist übrigens das Die Luthers Texture-Pack. Äh, 128 mal 128 Pixel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen Pappen mag, hier. Performance-Nachlass habe, das kann auch sein. Ich muss mal gucken, und die Runde beginnt, und... Ich bin Traitor, muahaha. Traitor, 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 der Traitor sucht einen Bogen. Und am besten noch die Ender-Chests. Das ist ja nicht so. Geh ich mal hier hin. Gucken. Was gibt's denn hier so? Oh. Das ist fiese Camper-Position, dass da hinten Creeper-Pfeile hinschießen. Das wird richtig schon. So, hoffe ich gerade mal, dass sich hier hinten einer verirrt. Jetzt sterb, 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 sterb. Oh yeah. Uhu. Ein Bogen und 64 Pfeile. Oh, was habe ich... Oh, ich habe den Kasten-MBCs-Mod noch drin. What the fuck? Tut mir leid, mein Freund, aber... Ich muss es tun. Ich habe zwei Traitor-Points. 130 Karma. Ich sorg nur dafür, dass mein Team gewinnt. Weil die Traitor sind... nett. Na, da, 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 da. Da vorne ist noch einer. Komm schon. Fuck, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Mann. Uh oh. Oh oh. Enough of the flashback, yeah. Creeper final. Komm schon, komm schon, komm schon. Puh, die Runde ist mal irgendwie nice. Aber schockt doch. Fünf Spielern nur noch. Oh, komm schon, bitte noch andere Traitor. Ich habe auch... Ach so, doch, der Kette davon war ja noch andere Traitor, ne? Verdammt dich, auch ein Traitor geschossen. Na, egal. Oh, darf noch einer? Boom. Hey! Geht der Creeper gerade auf mich? Der darf nicht auf mich gehen, der geht auf den falschen... Da, 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 da... Ich glaube schon. Krieg ihn. Fuck, da wurde ich von... Was ist mein Creeper? Ich glaube schon. Aber ich kann Bock mehr, ich komme mir jetzt einfach entgegen und dann... Hier, oh man, diese kleinen Drecks... Kleine Dreckschweine. Boah, der kann mich mal! Frennt er hier die ganze Zeit von mir weg. Ja, schießt da noch einer auf mich. Komm schon, komm schon. Oh oh. Ich bin kein Traitor. Nein. Komm schon. Komm schon. Mann, da kann ich mal fair campen. Ich bin grad ein bisschen still, ich merk's selber. Tut mir leid. Da vorne ist ein Detektiv. Ah, mein Creeper. Sollen sie mich jetzt zu zweit kriegen, oder was? Ähm... Oh, fuck, Mann. Naja, egal, ich werde die Runde trotzdem hochladen, auch wenn ich verkackt habe. Schade, aber... Egal. Ähm... War eine coole Runde. Tschau Leute und bis zum nächsten Video. Und da, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020